Konzeptkunst ist eine in den 1960er Jahren durch den US-amerikanischen Künstler Henry Flandt geprägte Bezeichnung für eine moderne Kunstrichtung. Begriff, ursprünglich aus dem Minimalismus kommend, steht Konzeptart oder Conceptual Art letztlich als Sammelbegriff für eine Weiterentwicklung der Tendenzen in der abstrakten Malerei und für unterschiedliche Kunstrichtungen wie Objektkunst oder Happening, die den Gedanken für die Bedeutung eines Kunstwerks als vorrangig erachten. Mel Bochners erste Ausstellung im Jahr 1966, Working Drawings and Irvisible Things on Paper, Not Necessary Element to be viewed as art in der Galerie der School of Visual Arts in New York gilt als erste Ausstellung der Konzeptkunstbewegung. 1969 fand im Museum Mosbräuch in Leverkusen die erste museale Konzeptkunstausstellung in Deutschland statt. Die Ausführung des Kunstwerks ist von untergeordneter Bedeutung und muss nicht durch den Künstler selbst erfolgen. Im Vordergrund stehen Konzept und Idee, die für die künstlerische Arbeit als gleichwertig erachtet werden. Anstelle fertiger Bilder und Skulpturen treten in diesen Sinne Skizzen, Schriftstücke, Anleitungstexte oder unter Umständen Künstlerbücher, die eigene ästhetische Qualitäten entfalten. Auf eines der Ziele ist die Entmaterialisierung des Kunstwerks und die Einbeziehung des Betrachters. Gewohnte Sichtweisen, Begriffe und Zusammenhänge der Welt werden hinterfragt neue Regeln erfunden. Es wird mit Kontexten, Bedeutung und Assoziationen gearbeitet. Theoretiker der Konzeptkunst sind Mel Bochner, Sol Luit, Art & Amp, Language, Josef Kusut und Viktor Burkin. Ein künstlerisches Vorbild dieser Bewegung war Marcel Duchamp. Er grenzte seine Kunst von retinaler Kunst ab, die überwiegend auf das Auge einwirkt, statt als Vorstellung oder Verknüpfung von Bedeutung im Denken zu wirken. Dieser Ansatz lässt Konzeptkunst dem Laien oftmals elitär, spröde und schwer zugänglich erscheinen. Manches Werk der Konzeptkunst erschließt sich erst durch die Auseinandersetzung mit dem Künstler und seinem Denken. Unterschiedlichste Strömungen der Avantgarde der 1960er Jahre wie die Malerei von Robert Reimann, die Fotobücher von Ed Ruscha, die Skulptur von Karl Landre, Robert Morris oder Robert Smiths Ohn und auch Happening. Fluxus und Wiener Aktionismus waren unmittelbare und oft zum Verwechseln ähnliche Vorläufer des Konzeptualismus. Auch durch den Einfluss von Kunstzeitschriften wie Artforum und Envelange, Parachute, Flashart, Artpress entstanden sehr bald schnell in Amerika und Europa Gruppen von Konzeptualisten, die sich an New York orientierten und dennoch eigenständige regionale Zentren bildeten. In Nordamerika etwa San Francisco, Los Angeles, San Diego, Vancouver und Toronto. Künstler und Künstlerinnen Konzept Künstler von AZ Musica John Cage Künstler und Künstler und Künstlerinnen